Sucht ihr nach einem handlichen Mikrofon, das ideal für Streaming, Podcasts und Aufnahmen für unterwegs ist? Heute teste ich das Endorphi Voice S leicht, portable und vollgepackt mit Features, aber kann es auch im Klang überzeugen? Finden wir es heraus und damit willkommen auf dem PCHMG YouTube Kanal und los geht's! Starten wir mit den Spezifikationen. Das Endorphi Voice S ist ein kompaktes und tragbares Kondensatormikrofon, das speziell für Streaming, Chatten und Podcasts entwickelt wurde. Mit einer Größe von 17 cm, einer Breite von 7,4 cm und einem Gewicht von nur 228 Gramm inklusive Standfuß ist es perfekt für den Einsatz unterwegs. Das Mikrofon wird über USB-C mit einem 2 m langen Kabel angeschlossen und benötigt keine zusätzliche Software. Plug & Play in seiner reinsten Form. Der verbaute Kondensator erfasst einen breiten Frequenzbereich von 30 Hz bis hin zu 18 kHz mit einer Abtastrate von 24 Bit bei 96 kHz. Das bedeutet, dass eure Stimme klar und detailreich aufgenommen wird, egal ob ihr Podcasts aufnehmt oder Livestreamt. Die maximale Lautstärke, die SPL, beträgt 120 dB, was bedeutet, dass das Mikrofon selbst laute Geräusche ohne Verzerrung aufnehmen kann. Das Mikrofon bietet auch praktische Features wie einen Mute-Button auf der Oberseite, den ihr einfach durch Antippen aktivieren könnt und eine RGB-LED-Beleuchtung, die ihr nach Belieben anpassen könnt. Über das Drehrad auf der Vorderseite könnt ihr nicht nur die Empfindlichkeit regeln, sondern auch die Farbe der LEDs ändern. Für den Anschluss an externe Geräte wie PCs, Playstation oder sogar Smartphones bietet das Voice S volle Kompatibilität. Es unterstützt Windows, Mac und Linux und kann dank des Nierencharakters Umgebungsgeräusche minimieren. Das bedeutet, dass Geräusche von hinten wie Tastenschläge oder Mausklicks nicht in den Aufnahmen stören, zumindest nicht in der Theorie, wie wir später noch sehen werden. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Design. Das Voice S hat eine schlichte, aber moderne Optik, die sich perfekt in ein Gaming- oder Streaming-Setup einfügt. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch für ein geringes Gewicht. Eine Besonderheit ist die Wabenstruktur des Pop-Schutzes, der sowohl außen als auch intern verbaut ist, um eure Aufnahmen von störenden Pop-Geräuschen zu befreien. Durch den abnehmbaren Fuß könnt ihr das Mikrofon direkt auf den Schreibtisch stellen oder es an einem Mikrofonarm montieren. Das macht es auf jeden Fall flexibel, egal ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Welches Mikrofon nutzt ihr eigentlich? Was war euch bei der Auswahl eures Mikrofons wichtig? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wenn ihr euch genau über solche Themen austauschen wollt oder die neuesten News zu Technik, Software oder Games haben wollt, dann kommt auf unseren Discord-Server. Eine tolle Community wartet dort auf euch und auch unsere Social-Media-Kanäle versorgen euch mit Updates und Infos. Einfach kostenlos abonnieren und nichts mehr verpassen. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zu den Features wie die RGB-Beleuchtung. Diese könnt ihr mit einem einfachen Klick über das Drehrad steuern und die Farben wechseln lassen. Je nach eurem Setup könnt ihr die Farbe anpassen und so einen tollen optischen Effekt erzielen. Besonders bei dunkleren Setups fällt die Beleuchtung wirklich auf und verleiht dem Mikro einen professionellen Look. Kommen wir nun zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Für rund 40 Euro bekommt ihr ein Mikrofon, das erstaunlich viele Features in dieser Preisklasse bietet. Das Voice S punktet mit einer guten Klangqualität, einem simplen Plug-and-Play-Setup, unnützlichen Funktionen wie die RGB-Beleuchtung und dem berührungssensitiven Mute-Button. Doch allerdings hat das Mikrofon auch seine Schwächen. Der mitgelieferte Standfuß sorgt für Stabilität auf dem Tisch, ist aber in manchen Fällen nicht ideal. In meinem Test musste ich die Empfindlichkeit auf Maximum stellen, um eine gute Lautstärke zu erreichen, wenn ich mich etwas zurückgelehnt habe. Das führte jedoch zu einem leichten Hintergrundrauschen. Wer diese Probleme umgehen möchte, sollte definitiv über die Nutzung eines Mikrofonarms nachdenken. Ein weiterer Punkt ist die fehlende Software. Im Gegensatz zu anderen Mikros in dieser Preisklasse wird keine eigene Software mitgeliefert. Ihr müsst also auf Drittanbieterprogramme zurückgreifen, um spezifische Einstellungen vorzunehmen. Für Anfänger mag das jedoch ein Vorteil sein, da das Gerät so ohne komplizierte Installation direkt einsatzbereit ist. Was den Sound betrifft, ist das Ender Free Voice S für Einsteiger und Budget-Gamer eine exzellente Wahl. Es bietet eine klare Stimmübertragung, aber ihr solltet darauf achten, die richtige Position zu finden, um Störgeräusche zu minimieren. Im direkten Vergleich mit teureren Mikrofonen schneidet es gut ab, aber wer eine noch professionellere Klangqualität möchte, muss bereit sein, etwas Mehrgeld für sein Mikrofon auszugeben. Um euch die Klangqualität des Ender Free Voice S mal zu demonstrieren, habe ich ein paar Soundaufnahmen gemacht. Dabei habe ich das Mikrofon in verschiedenen Abständen besprochen, aber das werdet ihr in den Aufnahmen hören. Die Tonaufnahmen wurden nicht bearbeitet, auch kein Rauschen entfernt oder ähnliches. Also Musik aus und Ton an. Ihr hört jetzt die Aufnahme über das Ender Free Mikrofon. Der Abstand beträgt etwa 10 cm. Ich rede ganz normal in Zimmerlautstärke. Wir testen mal die Popgeräusche. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Und dazu, während ich spreche, gibt es ein paar Tastenschläge auf der Tastatur. Und nochmal. Die Tastatur steht direkt hinter dem Mikrofon. Und das ist die Aufnahme etwa in einem Abstand von 20 cm. Auch hier einmal die Popgeräusche. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Die Aufnahme wird lediglich an die Videolautstärke angepasst. Zusammengefasst ist das Ender Free Voice S eine sehr interessante Option für alle, die ein günstiges und kompaktes Mikrofon für Streaming, Podcasts oder Aufnahmen für unterwegs suchen. Es überzeugt durch eine einfache Bedienung den guten Klang und die coole RGB-Beleuchtung. Wenn ihr neu im Streaming seid oder einfach ein praktisches Mikrofon ohne viel Schnickschnack sucht, dann werdet ihr hier fündig. Was denkt ihr, ist das Voice S das richtige Mikrofon für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und natürlich gleich die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das ist übrigens kostenlos. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.